so ein Jahr schön dass du mir das sagst mal gucken was jetzt abgeht hier also der ist ziemlich schnell jetzt unterwegs verdammte Kacke boah nimm den ich auf mich, ich auf mich, geh auf ihn wuuu jump das ist elende Form wo das war knapp hast du so gedacht du dämliche Hund du zack, Maxi Trank eingeschmissen jetzt geht's ab nein schlechtes Timing gewesen von mir ja ja ich probiere möglichst immer nah bei ihm zu bleiben weil dann rennt er nicht so schnell ja genau die verkehrte bestimmt gewollt Timing mal wieder wie so ein totes Pferd ey komm zum Daddy nein was mach ich denn da jetzt kommen wir noch zu diesem Scheiß der ist angehüpft und jetzt kommen wir noch die Arme also okay das war's ich geh jetzt leicht an den Angriff bauen der hat mich im Visio der hasse mich gerade aber ich mach grad das was ich immer gern mache ich hab mich gerade ich hab mich gerade eben anscheinend gar keine Tränke mehr jetzt ist die beste Zeit er kann ich mir er sabbert bleib stehen das heißt nein nein nicht auffüllen nicht fressen du dämlich ist Mistvieh nicht fressen du dämlich ist Mistvieh ja schlechtes Timing ja schlechtes Timing naa was war das denn ich hab mich doch gerollt ja mit und aus die Kollisionsabfrage etwas liebevoll das auf dich abgesehen nee haut ab so haut ab so ist komm was mit das blinkende da einsammeln wenn es noch da ist wo was wir kriegen ne wirrem trainer gibt mehr Cola ich hab hier nix blinkendes da ist es schon weg jetzt na gut dann lass ihn jetzt mal eben schnell suchen der wird 100 pro in die 3 gegangen sein na dann lass mal in die 3 ich hab einen Schlamm abgeschlagen und da schätze ich mal wieder dort rumrennen äh neee doch ne jetzt ist er in der achte wenn er hier ist ist er in der achte am meisten haufen fressen scheiße hier ist er auch ne wirst du mich jetzt verarschen wo ist denn der jetzt hin jetzt bin ich grad wirklich etwas überfragt hm hätten wir ihm nicht irgendwas entgegenwerfen können ja das haben wir ja hier ist unter eins ok ja ich hab vergessen zu sagen der ist gleich am Anfang ja ich hab ihn getroffen ich hab ihn auch nicht in die anderen fisch noch mit ich hasse die schreit so ja das sind die scheiß clean fisch die ganze Zeit noch mit gerannt kommen das ist jetzt wieder nicht haha du kannst auf deinem Kopf kein Schlammwerk wegmachen weil ich bin weggehauen hau au dreck taban fücher alter wuh ff knapp ok b b b f b Oh, oh. Ja, renn. Er ist nicht losgerannt, das ist schon mal gut. Scheiße, er ist wieder raged. Oh, man. Geh weg von mir, geh weg von mir! Wow. Wow. Ah, Scheiße. Es kam so ein anderes Fischchen wieder aus dem Boden raus. Was ist denn der Kack? Mich mag er heute überhaupt nicht. Er haut schon da ab. Oh, sehr gut. Da geht in Gebiet 2. Also aufpassen, wenn du da reinläufst. Jetzt erst mal hier gucken. Nein, nein, nein! Verdammte Kacke. Ey, Leute, jetzt kille ich euch hier. Ich will Ruhe meine Waffen schärfen. Betäubt, sehr schön. Der ist tot. Bei dir auch, so. Sehr schön. Jo. Ich werde gerade mich in Rage gesehen. Hahaha. Das wisst du es. Passt auf. Nervt dich niemals zu sehr. So. Das habe ich noch alles drauf. Das ist noch alles. Waffe ist wieder geschärft. Auf zur nächsten Runde. Warte mal. Äh, achso, ne. Okay. Na, wir müssen schon gut zusetzen. Ja, bisher, glaube ich, ist das nicht so ganz so gut gelaufen. Also. Ah, für uns schon. Das ist immer noch so ein Rage, ne? Scheiße. Nein, nein. Wenn ein Dampf aus dem Kopf oben rauskommt, ist ein Rage. Nein, nein! Das war unverteilt. Nein, nein! Abkommen. Ich will an seine Beine ran. Ich will probieren, dass man ihn umschmeißen kann. Jetzt ist er nicht mehr rein. Sehr schön. Das ist aber doch schon wieder. Du stellst mir Fragen. Ich bin froh, wenn er einfach nur tot ist. Haha. Ah, ich komme hier mit der Steuerung wieder nicht so ganz fit. Ah. Okay. Nein! Nein! Haha. Ich bin froh, alle gleichzeitig fliegen. Scheiße, ich konnte nicht abhalten zu können. Das Schweine rennt mit einer Bombe hören. Sauber! Na komm. Bleib du, bleib du, bleib du. Du hast sogar was abgeschlagen. Ach nein! Rage! Geh weg, geh weg! Woah! Auf jeden Fall mal böse. Auf uns. Nein! Wo kommst du her? Da hat's auf dich abgesehen. Au! Ach, da kriegt man mit. Ich hab Bewegungsmuster von dem überhaupt nicht mehr drin. Ah, ne. Einen Franken hab ich nur noch. Aber da. Okay. rein. So ein bisschen blick. Arsch scheiße! Mach mal ganz kurz. Wo bist du? Warte, 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 warte. Puffer, du kleines Dreckski. Sind die niedlich. Ich muss jetzt hier ne Break machen, fällt mir grad so auf. Ja. Dann mach nen Break.